Köln-Clash, der Podcast von Köln-Tourismus. Tag zusammen bei einer neuen Folge Köln-Clash und heute habe ich, ohne jetzt große rumzuschwaden, wieder zwei sehr wunderbare Gäste hier bei mir und zwar trifft heute Schauspiel auf Fußball. Also im Idealfall ist es bei ihr so, dass sie noch nicht so wirklich viel Fußball vor der Kamera oder auf der Bühne gespielt hat und er hat hoffentlich auf dem Platz auch noch nicht so viel geschauspielert. Bevor ich aber jetzt zu viel verrate, bitte ich doch, wie immer bei Köln-Clash, meine Gäste sich einmal gegenseitig vorzustellen. Du fängst an. Ok, ok. Ok, ich lese ab, aber ich weiß natürlich alles auch so. Wenn ich den Spitznamen dieser Person nenne, die mein heutiges Gegenüber ist, wird sehr schnell klar, wen ich hier vor mir sitzen habe, deswegen warte ich noch ein bisschen damit. Aber eins kann ich sagen, er ist Fußballer, geboren in Friedrichshafen am Bodensee. Mit einigen Zwischenstationen traf er zur Saison 2014-2015, das habe ich natürlich gegoogelt, eine ganz wichtige und richtige Entscheidung. Ja! Und zwar wechselte er zu unser aller Lieblingsverein, dem 1. FC Köln. Seit 2019 spielt er beim VfL Bochum, ist der Domstadt allerdings erhalten geblieben, denn seinen Wohnsitz hat er natürlich noch immer hier. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir dürfen ihn Zolli nennen. Ich glaube, seine Frau nennt ihn auch so. Die Rede ist natürlich von Simon Zoller. Die Sprechchüre haben wir ja leitet. Schneiden wir rein, die Sprechchüre. Das war gut runter, das war stark. Ich denke, ich mache direkt weiter. Leg nach. Auch ich lese nach, habe aber natürlich auch die Google-Maschine angehabt. Auch wenn mein heutiges Gegenüber offiziell in Bergisch Gladbach geboren ist, ist sie Kölnerin in allererster Stunde. Denn direkt nach der Geburt ging es für sie in die Domstadt. Von 2008 bis 2014 machte sie dann für ihr Schauspielstudium und für erste Aufträge am Stadtstheater einen Ausflug nach Hannover. Aktuell pendelt sie im Dreieck, und zwar zwischen Berlin, ihrer Lieblingsstadt Köln und ihrem Arbeitsort Erfurt. Dort will sie nämlich seit 2015 als Dr. Julia Berger in der ARD-Serie in aller Freundschaft die jungen Ärzte mit. Ich freue mich, heute mit ihr zu sprechen. Hallo Mirka Pigula. Und nach diesem wunderbaren Intro, das ich mir natürlich selbst überlegt habe, stelle ich dir direkt einmal die erste Frage, Mirka. Köln, Erfurt oder Berlin? Ja, das kann man so nicht so einfach beantworten. Natürlich alle drei, weil, du hast es schon gesagt, ich habe das gleiche Schicksal wie Carolin Kebekus. Ich bin in Bergisch Gladbach rausgepresst worden, weil meine Mama da in eine Geburtsklinik wollte und bin aber natürlich in Köln aufgewachsen. Meine Eltern haben in Köln gewohnt und so, aber alle sagen immer, auf dem Ausflug steht aber nicht Köln. Und deswegen ist Köln meine Heimat. Ich musste aber hier irgendwann raus, weil Köln ist ja auch ein Dorf und wenn man hier sein ganzes Leben verbracht hat und aufgewachsen ist, dann trifft man halt die gleichen Nasen immer wieder, auch welche, die man nicht treffen will. Das ist zwar ganz nett manchmal, aber ich wollte auch mal so ein bisschen weite Welt schnuppern. Deswegen dann Berlin und ja, nach Hannover. Ach genau, das musste ich, aber das war nicht die Frage, musste ich zum Studieren. Und Erfurt ist mein Job. Deswegen, Erfurt ist auch eine süße Stadt. Da leben würde ich vielleicht nicht dauerhaft, aber so zum Arbeiten ist cool. Okay, mega, mega. Mir geht es genauso wie dir tatsächlich, da ich ja auch fünf Jahre hier gespielt habe und täglich hier in der Stadt verbracht habe. Viel, viel mehr als jetzt, nachdem ich nach Köln, nach Bochum gewechselt bin. Geht mir das genauso. Du triffst relativ viele gleiche Personen. Als Fußballer hier in der Stadt wirst du sowieso manchmal kritisch, manchmal positiv gesehen. Und es tut manchmal ganz gut, wenn man rauskommt. Und nach dem Wechsel nach Bochum ist mir das super einfach gefallen, mich hier immer noch heimisch zu fühlen, aber trotzdem so diesen Abstand zu gewinnen zu diesem Kölner Klüngel. Und klar, Berlin, so wie bei dir, ist es jetzt nicht geworden. Aber wie gesagt, es ist schön zurückzukommen. Immer noch heimisch, zu Hause auch, aber schön auch weg zu sein. Wie ist denn das eigentlich, was du gerade meintest, wenn die Leute einen nicht so, also wenn man zum Beispiel ein Spiel verloren hat, ist es ja immer, dass man sagt, alle Leute sind Fußballexperten, auch die, die furzend auf dem Sofa sitzen und nur gucken. Tatsächlich ist das, ich bin relativ jung hier zum FC gewechselt und habe relativ früh auch relativ viele Fehler gemacht. War sehr naiv, was soziale Medien angeht. Und habe da einen Fettnicht nach dem anderen mitgenommen und musste das erst lernen. Bin nochmal zurückgegangen, einen Step zurück, habe die Stadt nochmal verlassen, ein halbes Jahr. Und das tat mir dann gut. Und du wirst von den Fans extrem kritisch gesehen, wenn du keine Leistung bringst und dich auch noch vielleicht beschissen verhältst. Aber die Fans honorieren auch, wenn du alles gibst und wenn du für den Verein einfach gerade stehst und auf dem Platz alles gibst. Und deswegen war das so ein wechselbarer Gefühl hier meine fünf Jahre. Und ja, mittlerweile ist es okay, wenn man getroffen wird. Das geht dir vielleicht genauso. Also dann ist es meistens eine angenehme Unterhaltung und ein angenehmes Begegnen. Aber klar, ich habe auch hier in Köln auf jeden Fall die anderen Seiten mitgenommen. Und die waren nicht immer ganz so, nicht so einfach und schön. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall gleich noch so bei so einem etwas persönlicheren Teil noch zukommen. Aber jetzt wollen wir natürlich als allererstes, immerhin heißt der Podcast ja auch Köln Clash, wollen wir so ein bisschen drei kurze Köln-Fragen. Das ist halt einfach das Oberthema. Nochmal so servieren, zusammen mit eurem Lieblingsgetränk, habe ich es jetzt einfach mal so genannt. Das habt ihr schon so ein bisschen, das habt ihr schon vor euch stehen. Das haben wir direkt jetzt so mitgenommen. Wir haben alle drei einfach mal einen Kölsch genommen, weil jetzt ist auch ein bisschen ein schöner Abend und ein schöner lauer Sommerabend, da kann man auf jeden Fall mal einen Kölsch trinken. Und zu dem Kölsch direkt mal die erste Frage, weil ich es gerade schon so ein bisschen gesagt habe, ihr kennt euch ja jetzt nicht so schon Jahre, ihr habt ja eigentlich noch nicht so wirklich viel miteinander zu tun gehabt. Aber ihr habt halt die Gemeinsamkeit, dass ihr wirklich immer wieder aus Köln rauskommt. Nicht nur wegen des Fußballspielens oder wegen des Schauspielern, sondern vielleicht macht ihr ja auch mal Urlaub woanders. Was vermisst ihr denn sofort, wenn ihr jetzt aus Köln eine etwas längere Zeit weg seid? Ja, das sagen auch alle in dem Podcast, glaube ich. Aber es ist natürlich immer so der Schlag Menschen, den man vermisst, so dieses Offene. Und ja, wirklich, also dieser Spruch, jeder Jack ist anders, der ist ja von hier. Und ich habe schon das Gefühl, dass man hier relativ so sein kann, wie man ist. Ja, das vermisse ich dann oft. Weil es in anderen Städten anders ist. Ja, also ich finde, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Moment. Ich rieche Berlin-Bärsching irgendwie. Ich wollte sagen, wenn du in Berlin-Bärschung einkaufen gehst, das ist das Normalste der Welt, oder? Oder? Mein Schwager liegt in Berlin, da kannst du ja machen, was du willst. Nee, da ist, also Berlin, ich finde auch immer, es gibt jede Stadt, die sagt, sie ist super tolerant. Da stimmt es halt nicht für jeden Bereich irgendwie. Dann gibt es super tolerante Leute und Leute, die dich trotzdem komisch angucken, weil du irgendwie anders bist oder weil du mal was machst, was halt nicht in deren Schema passt. Gerade wenn man nicht einzuordnen ist als total verrückt oder total spießig oder so. Aber es gibt manchmal, wenn Städte schon Städte sind, aber also nicht richtig auf dem Land, sondern schon eine Stadt und dann aber eine kleine Stadt. Dann habe ich das Gefühl, die Leute denken manchmal nur innerhalb ihrer Stadtmauern sozusagen. Also so ein bisschen begrenztes Denken und vielleicht auch noch nicht so viel raus gewesen. Sondern es ist manchmal, ja, schwierig für die irgendwie mit ungewohnten Sachen umzugehen. Was würdest du denn sagen, was du dann so als erstes vermisst? Also würdest du komplett d'accord gehen und auch so sagen, so ja, der Schlag Mensch oder ist bei dir was anderes? Ja, das Coole ist, in Bochum jetzt natürlich ist der Schlag Mensch fast identisch. Die Bochumer, die Ruhrpott-Mentalität ist super offen, super direkt, fast noch direkter als hier. Und ich bin damit eigentlich immer gut gefahren. Und hier im ersten Jahr in Köln leider nicht so mit meiner Art, so direkt und offen zu sein, was auch gerade Journalismus angeht und Medien. Aber ich bin über einen großen Teil meiner Karriere damit echt gut gefahren. Und der Schlag da ist fast identisch wie hier. Und ich merke das nur, wenn ich zu Hause bin, dann kommst du runter. Du hast ja immer das Gefühl, gerade jetzt wie bei dir auch, Berlin und Köln, das sind große Städte und da ist immer was los. Und du hast fast nie die Möglichkeit abzuschalten und mal runter zu kommen. Und das ist so ein Reset-Dorf, Heimat, wo du einfach die Chance hast, einfach bei normalen Leuten einfach zu sein. Und das ist manchmal ganz schön. Ja. Was nervt euch denn an Köln? Wir wollen ja hier nicht, also ne, es muss ja jetzt hier nicht eine halbstündige Lobhudelei hier auf Köln sein, auch wenn wir die Stadt natürlich alle, ich auch als gebürtiger Kölner, sehr lieben. Aber gibt's dann was, was euch nervt? Ihr habt jetzt sehr schnell gesagt, was ihr vermisst, deswegen da muss ich dann schon in die andere Richtung auch mal gehen. Ja, super schwer. Ich finde, also Köln bietet erstmal echt extrem viel. Es ist keine Riesenstadt, so wie Berlin. In Köln hast du trotzdem so deine Ecken, wo du dich aufhältst, wenn du zu Hause bist. Und manchmal willst du einfach auch mal gerne deine Ruhe haben. Gut, ich habe jetzt das Losgezogene, auch relativ bekannte Frau zu haben. Und wenn wir abends mal was essen sind oder so, was nicht so häufig vorkommt, dann kann das manchmal schon mal nervig sein. Gar nicht im schlechten Sinne gemeint, sondern du willst einfach mal gerne deine Ruhe haben. Und das hast du als Person des öffentlichen Lebens einfach echt super schwer. Und ich glaube, dass, oder ich, ein durchschnittlicher Fußballspieler bin. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das bei Leuten ist, Fußballern oder auch bei, keine Ahnung, irgendwelchen Künstlern, die einfach noch viel mehr im Rampenlicht stehen. Der Schlagmanagement kann manchmal sehr, sehr aufdringlich sein auch. Was aber im Endeffekt auch echt schön ist, weil du, wenn du alleine unterwegs bist, nie alleine endest, sondern immer jemanden findest, der mit dir ein paar Stunden aushält. Aber ich wollte genau das Gleiche sagen. Eigentlich, meine Antwort ist fast identisch mit dem, was vermisst du am ehesten ist. Auch genau das, was mich dann auch schnell wieder nervt. Irgendwie, wenn du in ein Geschäft gehst und probierst irgendwas an und du bist vielleicht nicht so gut drauf und dann kommt jemand und sagt, zieh das aus, das steht ja nicht. Ich kann ja nicht Gold sprechen übrigens. Aber so, das ist dann manchmal eben auch so ein bisschen so grenzüberschreitend. Und das ist dann auch so, okay, wenn man nicht gerade in der Stimmung ist, dann... Superschwer. Und dann auch da gelassen zu bleiben. Also, du hast immer mal einen schlechten Tag. Ich weiß noch jetzt, als Beispiel habe ich mir das Kreuzband gerissen letztes Jahr und bin hier immer noch bei den Docks vom FC immer noch in guten Händen und wirklich Urkölner seit 60 Jahren oder 70 Jahren und einfach dieser typische Schlag Mensch-Köln. Ich habe mir das Kreuzband gerissen, bin komplett am Boden und echt auch traurig. Und die reden mit dir, als ob das, ja, als ob, weiß ich nicht, du ein falsches Brötchen gekauft hast morgens und wiegeln das auf ihre Kölner Art ab. Und einerseits ja superlieb, für dich ist das in dem Moment ein Weltzusammenbruch, ein Weltuntergang. Und das manchmal so in eine Gewogenheit zu kriegen, finde ich als Urkölner richtig schwer. Aber jetzt, das war ja im September auf jeden Fall jetzt bisher hoffentlich wieder so ein bisschen... Ganz okay, ja. Ja, okay. Noch nicht bei 100, aber... Das Alter macht sich bemerkbar. Nein, Quatsch, das Knie ist wieder gut und alles, alles gut. Kann weitergehen. Kann weitergehen. Kann wieder, John, auf jeden Fall. Ey, ich weiß, du willst deine Fragen stellen und wir grätschen dir die ganze Zeit rein, aber ich will dir einen Beweis schenken, jetzt habe ich mich ja schon mit dem Kölsch eingeschleimt, dass ich dir eine Doku geguckt habe, pass auf. Ich habe dir was mitgebracht. Nein. Wie schlecht bin ich denn vorbereitet? Das ist ja ein Quatsch. Ey, ich bin cool, ne, ja, aber heute habe ich alles auf der Zugfahrt gemacht. Ich habe ja auch die Hunde mitgebracht. Das gibt's dich, ey. Boah, das ist ja lieb. Vielen Dank. Ich hoffe, das sind die Richtigen. Das sind die Richtigen. Yay. Du hast wahrscheinlich die Doku gesehen, ne? Ja, stark. Aber habe ich heute im Zug gemacht. Also ich muss auch echt sagen, ich glaube, ich habe mich jetzt nicht 100 Jahre vorbereitet. Das ist wunderbar, wie du vorbeidest. Also, um das kurz zu sagen, ich habe gerade eine Dosen-Ravioli bekommen von, weiß ich nicht, ob man das sagen darf, von Maggi Vegan. Ich bin vegan seit ein paar Jahren. Ist mein absolutes Lieblingsgericht, weil ich es auch als jugendlicher Schüler schon gegessen habe und das ging damals immer am schnellsten. Konntest du auch kalt essen sogar. Und das hat mir mein Physiotherapeut nach der OP am nächsten Tag gebracht. Eben zum Essen. Mega lieb. Vielen, vielen Dank. Kölsch und Dosen-Ravioli. Was willst du mehr? Ja, aber mehr gibt es jetzt auch nicht. Ja, weg. Vielleicht weiter nach Flim. Stark. Stark. Ne, tatsächlich. Also brauche ich kein Geheimnis draus machen. Ich kenne die Serie natürlich, in der du spielst. Weil du gegoogelt hast. Nein, nein, nein. Weil die Freunde meines Bruders fanatisch diese Serie schaut. Und deswegen habe ich die ein bisschen ausgefragt natürlich. Und es ist immer super schwer, dann irgendwie so ein Bild zu bekommen. Du siehst dich im Fernsehen und weißt gar nicht, wie der Mensch tickt. Aber cool. Und ich muss sagen, du hast Sachen schon gemacht, die ich auch selber schon geguckt habe. Und habe ich dir auch vorhin, glaube ich, schon einmal gesagt. Ich kenne ein paar Jungs auch, die früher und mittlerweile auch echt gut unterwegs sind. Auch Schauspieler sind tatsächlich. Ein paar Jungs haben bei der Welle mitgespielt damals. Ein paar kamen aus Bonn und Köln auch. Und deswegen mit dem FC auch Verbindung gehabt. Und deswegen bin ich da gar nicht so weit weg, was die Schauspielerei angeht. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass es so, obwohl ihr ja in komplett anderen Gebieten unterwegs seid, dass es trotzdem halt wirklich so die Gemeinsamkeit gibt, auch so bei Köln und so weiter. Und dass man euch mit einem Kölsch und mit Dosen Ravioli glücklich machen kann. Also ich finde, das passt ja auch schon ein bisschen zur Stadt auf jeden Fall. Einfach ein Kölsch und eine Dosen Ravioli. Das ist super lieb. Ja, bin ich schlecht vorbereitet tatsächlich. Nein, ich freue mich, dass du so nett bist. Also es ist alles cool. Was hätte man dir denn mitbringen sollen? Noch mal ein Kölsch. Das zweite Kölsch. Noch ein Kölsch. Ich schwank ja auch immer so. Ich bin voll die Mischung eben aus so Dosen Ravioli, wenn ich abends nach Hause komme und Kölsch. Und ich kann aber auch, keine Ahnung, Champagner trinken. Stört mich auch nicht. Also ich bin wirklich so, keine Ahnung. Man macht mich mit allem glücklich. Okay. Essen und trinken. Wollte ich gerade sagen. Sehr gerne erstmal trinken. Den braucht man auf jeden Fall nicht. Und das, was ihr sagt mit dem Schlagmensch, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist sehr schwer, glaube ich, gerade wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Den hat man natürlich in Köln nochmal so ein bisschen schneller. Da kennt man ja hin zum Kunz und so weiter mit dem Kölsch und Klüngel. In eine Kneipe oder sonst wo abends hinzugehen und dann nicht angequatscht zu werden. Also es ist manchmal ganz schön. Manchmal auch cool, wenn du dann in eine Kneipe bist und dann hast du da Leute, die kennen dich und mögen dich und dann hast du einen geilen Abend und schmeißt dir da die Kölsch ins Gesicht. Kann auch ein geiler Abend sein. Aber manchmal gibt es auch Situationen, die was anderes wünschen. Jetzt bist du trotz deines, weil ich jetzt so ein bisschen in diesen persönlicheren Teil reingretschen möchte, jetzt bist du trotz des Wechsels zu VfL. Worum bist du natürlich in Köln geblieben? Das hat natürlich ja auch seine Gründe. Und die liegen wahrscheinlich so ein bisschen damals in deiner Zeit beim FC. Was würdest du denn jetzt sagen, jetzt wo du so ein bisschen auf die Karriere zurückblicken kannst? Du bist ja jetzt nicht nur ein 19-jähriger Shootingstar, sondern du bist ja jetzt ein erfahrener Spieler. Was hat denn so diese Zeit bei FC? Ich habe es erfahren genannt. Ich habe es mal rumgeschippt. Was hat denn so die Zeit beim FC für die Karriere dann so bedeutet? Wenn du dann auch noch zusätzlich hier geblieben bist, trotz eines Wechsels. Ja, die FC-Zeit war super lehrreich einfach. Ich bin relativ spät Profi geworden und habe schon in jungen Jahren relativ viele Verletzungen gehabt. Auch schwere Verletzungen mit Rollstuhl und also so mit Karriere Fußball aufhören und nochmal Schule gemacht. Also so echt kunterbunt und vogelbild. Habe den Sprung trotzdem geschafft. Relativ spät, wie gesagt. Und habe dann zwei echt gute Jahre gehabt in Osnabrück und Kaiserslautern. Viele Tore gemacht. Fast aufgestiegen beides Mal. Dieser Schritt zum FC war so eigentlich dieses Ankommen Bundesliga-Spieler. Und großer Transfer damals gewesen auch für den FC mit viel Geld, Ablösesumme. Sehr, sehr viel Druck auch und einfach nicht performt. Nicht fit gewesen. Verletzt gewesen. Medienbedient. Alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Und echt voll auf die Schnauze geflogen. Und auch echt negative Erlebnisse gehabt mit Auspfeifen im Stadion und bei Einwechslungen und von den eigenen Fans. Und dann machst du dir als 22er Junge so, oder Kerl, der davor echt zwei coole Jahre hatte, echt mega Gedanken. Und ja, habe dann keinen anderen Ausweg gefunden, als mich nochmal zu verleihen lassen und hier wegzugehen. Und habe dann auch nicht gedacht, dass das nochmal so wird, wie es dann geworden ist. Und habe dann echt alles investiert dafür, dass ich dann nochmal echt vier coole Jahre hatte. Habe vorzeitig meinen Vertrag nochmal verlängert. Einfach auch, weil ich Leistung gebracht habe. Und deswegen habe ich Köln einfach so kennengelernt, dass es hier echt gute Zeiten geben kann. Aber auch echt mega Kackzeiten. Viele Leute auch kennengelernt, außerhalb vom Fußball in der Zeit. Weil es auch viel unterwegs gewesen ist. Auch mal die eine oder andere Kölschkneipe aufgesucht in der Zeit. Und auch coole Leute kennengelernt. Coole Leute, die mit dem Fußball gar nichts am Hut haben. Und das manchmal echt sehr, sehr viel wert ist, wenn du normale Leute kennenlernst. So wie heute. So wie heute. So wie heute in dem Job. Ja, und auch mal so andere. Köln ist ein Dorf und es gibt viele Künstler hier, egal in welchem Bereich. Gerade auch ein paar Schauspieler kennengelernt. Zwei, drei haben dann auch beim FC gearbeitet in der Zeit. Den Max kenne ich ganz gut, der auch Ultra-FC-Fan ist. Den Max von Fakir Goethe. Und so ab und zu auch mal getroffen beim Essen abends. Und dann einfach echt gute Zeiten hier gehabt. Und einfach auch eine gute Nachbarschaft. Wir haben ein Haus gekauft hier vor ein paar Jahren. Und fühlen uns hier echt heimisch. Meine Frau ist hier auch viel am Arbeiten in Köln. Und es war für uns einfach keine Option, hier wegzuziehen. Und Köln ist mittlerweile, wenn du einmal hier gelebt hast, ist es super schwer, hier wegzukommen. Und es sagt jeder Spieler auch, der hier gelebt hat oder gespielt hat. Und ich kann das von mir echt auch behaupten. Und ich sehe mich auch schon so ein bisschen als Kölner, auch wenn ich den Dialekt nicht kann. Das können ja die wenigsten. Ich wollte gerade sagen, das können ja die wenigsten. Da muss man jetzt sagen. Ja, wenn da so ein Urkölner geht, ja gar nicht. Ich kann ihn richtig gut, wenn ich besoffen bin an Karneval und dann die Lieder höre. Dann kriege ich es auch nicht mehr raus. Aber sobald ich dann irgendwie wo im Norden bin, wo man das nicht mehr so spricht oder nicht mehr so diesen Sing-Sang im Ohr hat, dann... Und jemand, der richtig köln spricht, der sagt, ich soll nicht... Mach's besser nicht. Lass es lieber. Ja, das ist wahrscheinlich auch noch so, weil du ja nochmal in verschiedenen Städten einfach so rumkommst, dass du dann einfach verschiedene Dialekte auch noch... Also du bist ja... Berlin, Erfurt, Köln ist ja einfach wirklich unterschiedlicher, könnte es ja fast nicht sein, wenn du jetzt noch München dazu zählen würdest. Das stimmt. Das ist ja dialektemäßig, wäre ja alles am Start. Genauso wie bei dir ist ja auch bei dir Köln eigentlich lange so das Epizentrum gewesen, bis du dann halt nach Hannover musstest. Wärst du auch nach... also aus Köln weggegangen, weil, sagen wir mal realistisch, es ist ja meistens so, wenn man eine Schauspielkarriere anstrebt, darf man nicht zu klein denken, sondern muss bereit sein, auch mal in andere Städte zu ziehen oder sogar in andere Länder. Wärst du so oder so irgendwie mal aus Köln weg, einfach so, wie es viele nach dem Abi machen? Ja, doch, das wollte ich unbedingt, eben weil ich mal so ein bisschen größeren Raum haben wollte und ich wollte halt unbedingt auf eine staatliche Schauspielschule und da wusste ich halt von vornherein, dass es die in Köln nicht gibt. Und deswegen habe ich dann meine vier Jahre abgeklappert mit meinen ewigen... Warum staatlich? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also es gibt natürlich auch gute Private, aber es gibt dieser Begriff Schauspielschule ist nicht wirklich geschützt. Das heißt, es gibt keine Anzahl an Unterrichtsfächern oder Stunden, die du anbieten musst. Du kannst das Geld nehmen, was du willst, du kannst die Leute rausschmeißen, wie du willst. Die staatlichen sind fast wie so ein Elite-Studium, dass du pro Jahr zehn Leute aufnimmst, pro Schule nur und die durch viele Runden, die Vorsprechen gehen müssen. Und es kostet halt nur Studiengebühren und du hast halt von früh bis spät vier Jahre lang nur Unterricht in allen möglichen Sachen. Und es ist viel einfacher, danach ans Theater zu gehen, an staatliche, an so Schauspielhäuser oder so. Weil die achten dann angeblich darauf, natürlich, wenn irgendjemand total gut ist, ist das auch scheißegal. Also dann kommst du auch... Kommst du auch runter. Ja, denke ich mal schon. Aber mir war es irgendwie wichtig, dass ich das so geordnet habe und auch wegen der Kohle. Also woher nehmen, wenn ich stehe, so ungefähr. Und deswegen wollte ich halt unbedingt. Dann habe ich über 22 Mal vorgesprochen. Ich glaube, dann habe ich aufgehört zu zählen und bin echt immer durch die Städte getingelt und habe überall, weiß nicht, mir die Kacke abgeholt, dass Leute gesagt haben. Das finde ich so krass als Schauspieler, das ist nicht so krass. Aber du erzählst das ja auch, wenn nicht die Fans auspfeifen, das ist ja noch viel direkter. Ja, aber du hast ja einen festen Job, ne? Ich kann ja machen, was ich will, theoretisch. Ich kann mich auch jeden Abend dann reinstellen und kriege trotzdem mein Geld. Wenn du vorsprechen musst und abgelehnt wirst, finde ich es so hart, so krass. Das war auch echt immer hart. Also ich bin immer heulend raus, wenn die gesagt haben, Frau Pigula, bitte tun Sie der Welt eingefallen, werden Sie niemals Schauspielerin. Und naja, jetzt... Wurde das so gesagt? Ja, es wurde tatsächlich so gesagt. Aber ich verdiene jetzt mein Geld damit. Und ich war noch nie arbeitslos in dem Beruf, deswegen... Hammer. Also muss ich auf Holz klopfen, aber das ist echt... Krass. Glück und Liebe oder so. Glück und Liebe oder so. Ist es dann, wenn du... Also bei dir war es ja so, dass du jetzt schon relativ lange war in aller Freundschaft mit am Start bist, dass man da dann halt auch so diese Sicherheit hat, okay, alles klar, das ist eine längere Sache, weil es ist ja dann nicht so, dass man... Das ist ja nicht alles Game of Thrones, wo man dann nach zwei Folgen vielleicht abgemurkst wird oder so, sondern ist das dann halt so eine gewisse Sicherheit, die du hast? Im Vergleich jetzt zum, wenn du sagen würdest, okay, ich drehe eigentlich nur noch Filme und gucke halt, dass ich da Rollen bekomme? Also klar, dadurch, dass es eine Serie ist, ist das eine Sicherheit, aber wir haben die Verträge auch immer nur für eine Staffel und ich glaube, wirklich sicher ist man halt nie. Also weiß ich nicht, wenn du... Irgendwie weiß ich nicht, wenn die... Also es muss ja nur sein, dass irgendjemand plötzlich dich nicht mehr sympathisch findet oder weiß ich nicht, die Leute verstehen manchmal nicht, dass die Rolle jemand anders ist als du und sagen mir, die Rolle gefällt den Leuten nicht mehr und dann denken die, du bist irgendwie blöd und wollen dich nicht mehr auf der Mattscheibe sehen oder sowas. Das passiert natürlich oder es kann passieren. Ich glaube, ich habe echt Glück gehabt mit der Serie, in der ich bin, die sind so sehr herzlich irgendwie unterwegs und man darf das dann auch nicht überschätzen. Letztendlich ist alles Politik und Wirtschaft, ja genau und es ist alles immer, geht es um Geld, aber ich glaube, dass ich da schon, weil ich da bin seit acht Jahren, das ist ja das Spin-off von dem Alten in aller Freundschaft. Ich bin ja bei den jungen Ärzten, obwohl ich ja auch kein junger Arzt mehr bin. Ich bin sechs Jahre älter als du, das finde ich so krass. Ja komm, ich bin, also alles sind wir noch nicht. Ja, nee, das stimmt. Aber ja, genau, deswegen, ich glaube, ich habe ein bisschen Sicherheit und halte ein regelmäßiges Einkommen, als wenn ich jetzt immer auf den nächsten Filmen warten müsste, aber es hat auch Vor- und Nachteile natürlich. Ja, ich finde Schauspielerei, also dieses Drumherum, krass. Ganz krass. Also nochmal zum, also ich kenne über Laura, kenne ich oder kennen wir tatsächlich die Janina ganz gut von GZSZ auch und die jetzt auch mittlerweile ein Kind bekommen hat. Die Janina Kunze, ne? Nee, Use. Use, genau. Oh Gott, ja. Und deswegen, also die Leute lernt man dann irgendwann so kennen. Laura ist auch viel in Moderation noch und dann bist du da auch mal mit dabei und kommst in die Gespräche und du hörst das immer, also du hörst von Schauspielern oder Schauspielerinnen immer fast, also das Gleiche hört sich jetzt nicht abwertend, sondern es ist einfach so hart. Und wenn du das, wie jetzt bei GZSZ oder egal bei welchen Serien, fest planen kannst, gefühlt, ist das so viel mehr, als auf den Film zu warten und das verdeutlichen, die wir in jedem Gespräch. Als Fußballer, weißt du was, vier Jahresvertrag und... Hast du keine Angst, also könntest du gar nicht rausfliegen, auch wenn du jetzt eben jeden Abend dich zielaufen lassen würdest und die Hostessen abgraben? Wahrscheinlich schon am Ende, aber ich bin jetzt mittlerweile auch, wie gesagt, 31 und... Ja, das ist wirklich sehr alt. Ja, aber als Fußballer bist du wirklich schon, also ist es absehbar, dass irgendwann ein paar Verletzungen auch schon gehabt und dann weißt du einfach, dass das irgendwann endlich ist. Ich habe auch Gott sei Dank noch nie die Situation gehabt, so krass, dass ich drauf warten musste, dass was kommt oder ich habe immer die Chance gehabt, selbst zu entscheiden. Das ist auch nicht mehr gewöhnlich als Fußballer, weil auch durch die Situation in den letzten drei Jahren jetzt auch mit der Pandemie und viele Vereine sind einfach super konservativ geworden, abwartend und versuchen das rauszuzögern bis zu allerletzten Sekunden. Und da als Fußballer einen Vertrag zu haben, der über längere Zeit geht, ist fast schon zu vergleichen, wie auf einen Film zu warten, weil... Es gibt mittlerweile Spiele, die sind 30, 29, die gehören zu alten Spielern und werden einfach schon ausgesiebt. Und das war früher 34, 35. Aber nicht zu vergleichen mit Schauspielern und dieses ständige Warten, Druck und abgelehnt zu werden. Das ist ja das Harte, finde ich auch, wenn du da sitzt und dir die größte Mühe gibst und gefallen willst und dir einer sagt, der dich in dem Moment nicht leiden kann oder hat zwei, drei, du bringst es nicht und das reicht nicht, das passt nicht in Schuss. Ja, man kann es halt nicht so gut messen. Das ist irgendwie immer was Subjektives, ob dir was gefällt oder nicht. Ja, es gibt dann so eine Übereinstimmung, deswegen weiß man ja irgendwie, dass Robert De Niro ein mega geiler Schauspieler ist oder Leonardo DiCaprio oder so. Aber es hat auch trotzdem immer auch was mit so persönlicher Empfindung zu tun. Es gibt nicht so eine Leistung, die man messen kann. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber dafür, ich meine, hast du andere Probleme, vor denen du stehst. Das ist ja echt immer, alles hat so seine Vor- und Kraft. Also, du bist bewerbbar einfach. Es gibt wenige Jobs, wo du einfach von der breiten Masse bewerbbar bist. In dem Moment wirst du ja von einem bewerbbar oder von, weiß nicht, wie viele da mit dabei sind bei einem Vorsprechen, aber du wirst in dem Moment von Zahl x bewertet und wenn die das nicht toll finden, dann können es da fünf andere toll finden. Das ist so superschwer. Ja, bei euch beiden ist es, glaube ich, auf jeden Fall so, dass man diesen berühmten Fuß in der Tür halt haben muss, damit man da irgendwann so ein bisschen mal dieses, oh Gott, morgen kann alles vorbei sein, vielleicht weg hat. Also, wenn man dann einmal wirklich so einen größeren Film oder eine größere Serie gemacht hat oder dann bei einem Verein unter Vertrag steht, wo man weiß, alles klar, ich bin ein bisschen angekommen auf jeden Fall. Ja, du musst ja auch trotzdem Leistung bringen. Also, es ist jetzt nicht so, wenn du da, wenn du jetzt in der Serie da, keine Ahnung, fünf, sechs Mal schlecht performst, dann weiß ich nicht, wie das ist, aber dann kommt bestimmt auch mal ein Gespräch zustande, wo die sagen so, ey. Oh Gott, das ist bestimmt bei mir schon passiert, weil ich ja acht Jahre da bin. Ja, genau, genau. Ja, wirklich am Abend vorher zu viel gesoffen und dann. Ja, klar, gibt es immer so. Du hast auch mal eine scheiß Trainingsanhalten und eine scheiß Woche und keine Ahnung, ein scheiß Spiel. Aber du musst ja auch, also du musst ja erstmal hinkommen und dann auch da bleiben und acht Jahre da zu bleiben, das ist krass. Das stimmt, obwohl ich auch manchmal denke, dass es irgendwie schwierig ist, weil zum Beispiel, wenn ich aus der Serie rausgehen würde, dann gibt es ja im Schauspiel auch immer diese Abstufung mit, ich bin ja im Vorabendprogramm. Ich bin zwar eine Weekly, was etwas höher in der Branche angesehen wird als eine Daily, aber alleine schon, dass es diese Abstufung gibt, finde ich es so komisch und dann sagt man halt ja, der Vorabend und weiß nicht, da muss man sich erstmal so erarbeiten, dass man dann zu einer besseren Riege gehört und also man muss auch, weiß ich nicht, dieses Klischee abwaschen erstmal, dann drehst du vielleicht, dass man die nächsten fünf Jahre gerade deswegen nichts, das ist auch irgendwie bescheuert. Das ist in Amerika besser gelöst irgendwie. Okay, würdet ihr denn sagen, auch wenn es da ein paar Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch viele Unterschiede so bei euren Karrieren gibt, würdet ihr denn, wenn jetzt gerade Leute zuhören und sich überlegen, ey, ich werde vielleicht Fußballprofi oder ey, ich werde eine Schauspielkarriere mal anstreben, würdet ihr sagen, so in Köln ist das möglich oder würdet ihr eher sagen, so ja, geh mal lieber in Stadt XY oder in Gebiet XY? Ich werde niemals Fußballprofi, ne? Boah, ist super schwer, finde ich. Ich glaube, dass Köln cool ist als, weiß ich nicht, ob als Schauspieler oder als Künstler, glaube ich, ist ganz cool, weil du eine coole Connection hier haben kannst, sagt mir mein Gefühl so, aber ich kann es nicht bewerten. Ich glaube, Berlin ist, glaube ich, das Non-Bus-Ultra, da ist einfach alles verdrehbar, was rumläuft, glaube ich. Obwohl es finde ich, also ich habe mir immer gesagt, ich würde ohne Job niemals nach Berlin gehen, weil da so viele Schauspieler sind, die auf irgendwas warten, ich glaube, da kannst du auch so versacken und irgendwie Depri werden. In Köln sind halt, also ich weiß nicht, ich habe da von den Produktionen noch nie so viel mitbekommen, ich weiß, dass viele so Fernsehshows hier produziert werden und so, ich finde es, also ich glaube, es ist irgendwie nicht an eine Stadt gebunden, eher an so eine Leidenschaft, der ist ja beim Fußball auch so. Ja, klar. Fußballer ist halt einfach auch viel Leiden. Ja, aber du aufferst ja auf, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber klar, die körperliche Leistung, die man als Fußballer bringt, ist vielleicht was, weiß ich nicht, Laufen, Rennen, Springen, vielleicht krasser noch als Schauspieler oder als Künstler. Oh ja. Ja, also du musst auf jeden Fall leistungsfähig sein und Schmerzen aushalten können. Du musst auf jeden Fall, glaube ich, in beiden Jobs extrem viel opfern. Also ich habe meine Jugend geopfert und bin früh weggezogen und früh ins Internat gezogen und Freunde zurückgelassen und bei keinem Schulausflug dabei gewesen, weil ich dann irgendwann einfach gesagt habe, okay, jetzt opfere ich das und will das so. Ich bin oft doch dann, wie gesagt, nochmal einen Schritt zurückgegangen und am Ende, wenn du dann da bist, dann geht es darum, einfach da zu bleiben. Ich glaube, da hinzukommen geht, da zu bleiben ist super schwer und ich mache es auch seit, weiß ich nicht, zwölf Jahren jetzt oder 13 Jahren jetzt. Und du siehst einfach mittlerweile, wie die Jungen einfach nachschießen. Das trainieren bei uns 16, 17-Jährige mit, das war früher unfassbar außergewöhnlich und mittlerweile ist das einfach, bist du als 30, 31er einfach die alte Garde und am besten schon weggekehrt, so gefühlt. Wie alt war denn Klose, als der aufgehört hat? Der war doch älter noch. Der dürfte auch so über 35 oder 36. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist mittlerweile wirklich die Ausnahme. Und dann dürfte er irgendwann keine Saltos mehr machen, habe ich gehört, oder? Ja, aber das sind echt so außergewöhnliche Sportler, die einfach super lange spielen, weil sie einfach gute Voraussetzungen haben und wenig verletzt und ehrgeizig und leistungsfähig. Das ist mittlerweile echt außergewöhnlich. Wir haben auch noch einen bei uns in der Mannschaft, unser Kapitän, der wird 37. Das ist unglaublich, wenn du solche Leute siehst und der ist schon sechs Jahre weiter als du und du fühlst dich wie die Dosen-Ravioli. Und deswegen ist das so krass. Und das finde ich cool an Schauspielerei, wenn man so kennenlernt und Künstler auch kennenlernt, dass man sich echt cool entwickeln kann, glaube ich. Und da so nächste Steps gehen kann. Und wenn du eine Serie machst, egal jetzt wer oder bei dir jetzt persönlich, glaube ich, kann man sich super krass entwickeln und super lang auch machen. Das stimmt. Man kann es theoretisch ja ewig machen. Es gibt für Frauen dann immer irgendwann so einen Low-Point, weil man dann irgendwie zu alt ist für die junge Sekretärin. Laura sagt immer Haltbarkeitsdatum. Ja, wirklich. Und dann bist du aber noch zu jung für die Oma oder die Mutter und dann gibt es irgendwie, weiß nicht, auch sowieso weniger Frauenrollen, dann gibt es so ein Sommerloch. Aber ja, eigentlich theoretisch kann man es natürlich ewig machen. Das ist das Gute. Das ist cool. Ja, cool. Ja, es ist krass, wenn du als Frau sowieso, ich weiß nicht, wie das, ist das zu persönlich? Weiß ich nicht. Hau raus. Ja, Laura hat ja auch manchmal, also ich kriege es von Laura oft auch mit, dass du als Frau dann auch echt zu kämpfen hast manchmal und vielleicht auch mal einen Job nicht bekommst, obwohl du es eigentlich verdient hättest. Und besser bezahlt in der Männerbranche als Frauen. Immer noch, ja. Immer noch so, ja. Und mir wurde auch mal gesagt, irgendwie so, ja, guck mal, dass so auf deinen Fotos nicht so die Falten sind und sowas. Das ist so krass, Mann. Das ist echt gut, dass ich in dieser Serie bin, weil dadurch habe ich natürlich auch so ein paar Follower, also jetzt nicht so ewig viele, aber schon danke, danke an alle, die da Interesse dran haben, was ich so mache. Und viele junge Mädchen auch und dann habe ich immer das Gefühl, man hat ja irgendwie auch so einen Bildungsauftrag und wenn es kein anderer macht, dann sagt man halt, okay, dann setze ich mich halt dahin und mache die Fotos mit den Falten, die man dann sieht oder retuschiere halt nichts und so. Sollte eigentlich normal sein, aber ist ja irgendwie nicht mehr so und das ist, ja, so eine kleine Sache, wo man vielleicht irgendwas mal auf Dauer verändern kann. Und ich weiß es nicht. Ja, finde ich auch. Ich glaube, alt werden ist da bei euch beiden so ein bisschen ein Thema natürlich, weil man halt, ne, natürlich, du hast da ein bisschen eine Spezialrolle, aber Fußball kann man nicht ewig machen. Ja, ich bin bald durch, ne. Fußballerei kann man theoretisch ewig machen, es wird aber einfach ein bisschen schwieriger, ich glaube, das würde man schon so unterschreiben können. Würdet ihr denn, also, wenn ihr jetzt jetzt, oh Gott, jetzt sind wir beim Thema alt werden. Das ist gut. Hammer, jetzt sind wir beim Thema alt werden. Okay, wir haben ja schon das erste Kölsch drin, dann passt ja schon. Gleich. So alt werden in Köln oder wollt ihr so euren Lebensabend, habt ihr das schon irgendwas geplant oder dann sagt, nee, dann lieber ans Meer irgendwo, irgendwo, wo es ruhiger ist? Ich hatte immer den Traum, einen Bus zu kaufen, umzubauen und einfach, ich sage immer zum Spaß, wenn ich gar keinen Bock mehr habe, dann verkaufe ich alles, was ich habe und reise einfach weg und lasse mein Handy und mache mir eine schöne Zeit. Das ist mein großer Traum, einfach mal ein Jahr, das ist super schwer, auch in unseren Jobs, glaube ich, einfach mal auch das zu machen, was man will. So, du bist echt viel, ja, einfach Termin, Terminausgesetzter, immer auf Pünktlichkeit und Druck und immer da zu sein und einfach nicht selbst zu entscheiden. Und das ist super nervig einfach und umso länger du es machst, umso mehr nervt es sich einfach und einfach mal loszulassen, glaube ich und einfach mal loszufahren und loslaufen, fliegen, was auch immer. Und einfach mal Reset-Knopf drücken und einfach mal Abstand zu gewinnen. Ich glaube, das ist so das, was ich als erstes machen werde, glaube ich. Ich kann voll mitgehen, weil ich habe einen Bus, ich habe mir den nämlich vor elf Jahren gekauft. Maggi, Bier und Bus. Ich bin eine gute Partie. Weil willst du mehr? Und ich habe jetzt, also ich kann ja nur wegfahren, weil der fährt auch nicht so schnell, der ist halt noch ein bisschen älter. Aber wenn ich wirklich frei habe, also wenn ich einen Freiblock habe, heißt das bei uns, weil sonst kann sich ja auch immer was verschieben und da muss ich eben immer auf Abruf sein und bin fremdbestimmt. Und mit dem Bus ist man halt nicht so schnell wieder zurück, wie wenn man, weiß nicht, sich in den Flieger setzt, obwohl das ja heutzutage auch nicht mehr so ist. Aber ich hatte jetzt irgendwie gerade einen Freiblock und habe irgendwie, weiß nicht, hatte nur vier Tage, aber ich bin auch einfach losgefahren und wusste gar nicht, wohin. Und das ist mein Gefühl von Freiheit. Aber so, ich bin auch da wieder so ein Zwischending, weil diese Freiheit finde ich total toll und dieses Selbstbestimmt. Auf der anderen Seite brauche ich, glaube ich, irgendwie auch so eine Art von Sicherheit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich auch irgendwann in Köln mich nochmal so richtig niederlasse. Hast du irgendwie so Auslandswünsche, dass du, also es gibt ja Leute, die sagen, sie wollen dann auf Malle ihren Lebensabend verbringen, weil das habe ich irgendwie vielleicht in den Tag. Nee, habe ich auch nicht so tatsächlich. Wir haben eine Ferie, ein Ferienhäuschen in Mabea tatsächlich, durch den Vater von Laura, der dort lange gelebt hat. Und das ist so unser erster Anlaufspunkt, wenn wir Sommerpause haben und Urlaub. Und dann sind wir, oder bin ich eigentlich so offen für alles. Ich finde Europa ganz cool, tatsächlich. Ich brauche es gar nicht so weit weg. Aber, ich ertappe mich, wenn du gerade sagst, dieses Fremdbestimmt sein, ich ertappe mich selbst im Urlaub immer noch, obwohl du ja eigentlich machen kannst, was du willst, dass ich mich einfach an so Termine halte. Und ich mache mir dann selber, okay, wir müssen um 18 Uhr essen oder 19 Uhr essen. So, und wenn das 19 Uhr eins ist, dann wäre ich schon nervös und kriege schon spitzige Hände. Und ertappe mich einfach so krass und denke mir so, ey krass, chill dich mal so, du hast einfach Urlaub. Das ist, wenn du so lange in dieser Blase lebst und diese Termine immer bekommst und Treffpunkte und Essen und dann ist da wieder ein Essen. Und hier, da bist du so krass in dieser Blase gefangen, dass du da einfach ganz, ganz schwer rauskommst. Und ich glaube, dafür ist sowas, wie du gerade sagst, einfach mal wegfahren. Am besten noch alles ausschalten, was du hast, was digital ist und einfach mal den Resetknopf drücken, glaube ich. Tut wahrscheinlich jedenfalls gut, würde ich sagen. Denke ich auch, denke ich auch auf jeden Fall. Gerade wenn man halt, wie ihr schon sagt, so relativ viel natürlich auch an Zeit und Freiheit, sage ich mal, für den Job aufgeben muss. Unsere halbe Stunde oder gute halbe Stunde, sage ich mal, ist schon so ein bisschen vorangeschritten. Deswegen, wir kommen jetzt leider zur letzten Kategorie. Ich würde euch da gerne noch mehr lauschen, hören. Aber wir spielen am Ende immer ein Spiel hier bei Köln Clash. Und das heißt, ich kenne was, was du auch kennen musst. So ein bisschen wie, ich sehe was, was du nicht siehst, aber halt anders. Und dann wurde ich vorher gebeten, euch einen Ort in Köln zu überlegen, den ihr dann beschreiben könnt, sollt. Und den muss die andere Person dann raten. Simon, du hast das ein bisschen früher erfahren, weil du ein paar Minütchen früher da warst. Ja, das war gemein. Und deswegen hat sie ein paar Minütchen früher auch, um dir was zu überlegen. Und deswegen würde ich sagen, startest du einfach und in der Zeit machst du Multitasking-mäßig. Okay, ein Überlegen, ja. Ein Überlegen, ja. Ein Überlegen, ja, ein Überlegen. Tatsächlich glaube ich, dass es nicht schwer ist, jetzt, wo ich das mit dem Kölsch auch hier erfahren habe. Ist fast um die Ecke tatsächlich. Hatte bei meinem ersten Karneval, den ich erlebt habe, wo ich noch ein bisschen fremd war, was Karneval angeht, hatte ich genau eine Stunde Karneval erlebt, weil ich mich so abgeschossen habe. Und das völlig, völlig übertrieben habe, an der nächsten Hauswand mich übergeben. Und einer da im Eingang quasi vor die Füße, kann man das sagen, gekotzt. Na klar. Habe da echt schon coole Abende gehabt. Ist, glaube ich, als Kölner ein guter Anlaufspunkt, wenn man mal Spaß haben will und mal ein Kölsch trinken will oder ein Bierchen. Bin auch schon mal öfters da anzutreffen gewesen. Jetzt, nachdem ich in Bochum jetzt seit drei oder fast vier Jahren schon spiele, ist es seltener geworden. Aber es ist eine gute Anlaufstelle und kann gute Abende verbringen, feuchtfröhlich. Ist es ein Brauhaus oder ist es eher so eine Kneipe? Glaube ich eher das, was du mir bevorzugen würdest. Ich glaube, dass du eher eine Kneipe bevorzugst. Ja. Gott, was ist denn um die Ecke? Um die Ecke sind eine Million Kneipen. Ich fange mal an mit der Kölschbar. Okay. Aber kommt in die Richtung. Geht alles schon auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber es ist natürlich recht, es gibt eine Vielauswahl. Ja, hier ist es super ärgerlich. Kannst du den Namen irgendwie... Es hat auch was mit meinem Beruf tatsächlich zu tun. Also wenn es richtig gut läuft, dann komme ich in die Situation. Wenn es richtig gut läuft, dann komme ich in die Situation. Meister. Hattest du was damit zu tun? Das ist dann das Produkt daraus. Aber das ist schwer. Ja, meine Schwester und meine Mama, die treffen sich hier in der Ecke auch immer. Also ich auch, wenn ich Zeit habe, aber die sind viel fußballaffiner als ich. Und dann gucken die immer die FC-Spiele. Aber... Kann man das ja gucken. Ich glaube tatsächlich nicht. Es ist ein bisschen hipper. Es ist ein bisschen jünger und hipper, würde ich sagen. Aber was war dein Tipp, wenn du erfolgreich bist, dann wirst du das? Ja, also ich mache das. Also wenn ich den Ball am Fuß habe, dann... Spiel. Dann kommt auch mal ein Schuss. Gegen Tor. Tor? Nee. Schuss. 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 Goldner Schuss. Genau. Das hast du vorher schon erfahren. Normalerweise würde ich sehr gerne mitraten. Ich hast es vorher schon erfahren auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, ist durchaus mal einen schönen Abend haben auf jeden Fall. Oder halt so einen Abend wie du, einen einstündigen... Ja, ich finde, es gibt viele Kneipen hier, aber es gibt echt auch, also zwei, drei, da musst du einfach, glaube ich, gewesen sein. Ich hätte das Sixpack sagen können, so, aber... Das ist so... Ich glaube, ein paar Leute schreiben auch draußen mit, so für den nächsten Köln-Besuch. Der Klassiker... Die Bergeschlattbacher, Bergeschlattbacherinnen, die schreiben gerade mit und beim nächsten Besuch zündigen wir einen goldenen Schuss. Ja, aber es ist krass, egal, mit wie man so außerhalb auch spricht oder auch zu Besuch kommt, ist so der goldenen Schuss, so sagen die halt immer so, ne? Und jeder will irgendwie so gefühlt entweder einen goldenen Schuss oder einen Sixpack. So ein goldenen Schuss ist cool. An Sixpack geht man aber immer erst spät, oder wenn du alles andere... Ja, wenn du halt gar nicht mehr kannst, dann bist du halt auch noch mal ein bisschen... Ja, an Karneval gehe ich immer lieber in die queeren Kneipen, ehrlich gesagt. Die urkölschen Kneipen, so, ne? Das ist ja eher sowas Hipperes, aber da war ich natürlich auch schon... Im Heising war ich jetzt überhaupt... Ah, ja, stimmt. Jetzt muss ich mir natürlich noch einen Ort überlegen. Ich wollte gerade sagen, genau. Ich habe mir eigentlich eher so ein Maskottchen überlegt. Jemand, den es hier immer... Den eigentlich jeder kennen müsste. Händers. Nee, der ist nicht so... Der nicht? Nee. Oh Gott, jetzt muss ich mir... Du kannst dir auch das Maskottchen überlegen und ich verbinde das dann mit einem Ort. Cool. Weißt du das schon? Nee. Oh, okay. Ich kann jetzt live mitraten, tatsächlich. Okay, pass auf. Es hat auch was mit Bier zu tun. Und zwar aber... Es wird so transportiert, wie wir das nicht könnten und wie es nicht üblich ist. Und das ist meistens im Sommer in so Grünflächen. Da, siehst du? Da hinten wird schon genickt. Also das... Mir wird so transportiert, wie wir es nicht tun. Das sind die Alkoholiker vom Team. Da kannst du nicht hinzufüllen. Das ist ein Mensch. Ist ein Mensch? Ja. Maskottchen, Mensch. Also das ist jemand, den man... Guck, alle nicken. Es ist ja nicht so eine blöde Idee gewesen. Das ist ja nicht so eine blöde Idee gewesen. Das ist ja nicht so eine blöde Idee gewesen. Was bin ich für ein Kackölner, ey. Und, also pass auf, okay. Der hat nämlich auch immer ein... Oder super oft ein Fußballtrikot an. Aber ich weiß gar nicht, von welchen... Die zwei, wie heißen die? Nee. Nee, es ist nur einer. Vielleicht kennt ihr den gar nicht. Ich kann das doch auf jeden Fall. Ich bin ja... Also ich müsste es auf jeden Fall kennen. Das ist ein Maskottchen? Naja, sozusagen so ein... Ein menschliches Maskottchen. Genau, so ein menschliches Maskottchen. Von wegen, wenn man in Köln im Sommer unterwegs ist, sagen wir auf dem Grüngürtel, dann ist der da auch immer unterwegs. Und jeder kennt ihn. Es gibt immer auf diesen, auf allen möglichen Social-Media-Seiten immer... Ich kenne den, der immer das Bier, das Bier, hier, das ist ein Typ auf dem Fahrrad meistens oder so, und der balanciert einen Bierkrug. Ach hier, wie heißt der? Auf dem Kopf. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Der ist immer bei verschiedenen Kölner Instagram-Seiten und so weiter. Stimmt. Ja. Da ist er in Lindenthal und in Ehrenfeld. Also du willst ja wahrscheinlich den Namen von dem haben, oder? Ja, nee, ich weiß den Namen leider selber nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist... Boah, wie heißt denn der gleich? Ich hab den auch am Kölsch, am Stadion schon ein paar... Ich wohne ja, also... Darf man das überhaupt gar nicht? Nein, sag nicht, sag nicht. Ja, aber ich wohne da so irgendwo da am Stadion rum entlang und das wissen auch die Leute, da ist ja... In einem Bus. Bin da immer rumzuckern, da auch mit dem Hund und so. Da ist er auch manchmal zugegen, tatsächlich. Der ist auch manchmal bei Konzerten da unterwegs. Das ist echt beeindruckend, finde ich. Boah, wie heißt der gleich? Der kann dabei sogar Fußball und Basketball spielen und der verliert nie diese Biere. Ich frage mich immer, ob der einfach, ob es die Kopfform ist oder ob der da nachhilft mit so einem Kleber oder... Wie kamst du da drauf? Das ist natürlich das Kölsch, was man nicht haben will, ohne Schaum, ne? Das ist natürlich, also das geht natürlich überhaupt gar nicht so. Kann man immer dann helfen, wie der heißt? Bierkrug und dann... Das ist, das weiß auch nicht. Weiß keiner hier. Weiß keiner? Den kennt nur jeder. Das ist immer gut eigentlich. Wenn wir das nächste Mal treffen, dann fragen wir ihn. Ich wollte gerade sagen, aber es können jetzt gerade auch alle, die gerade zuhören ja, oder zuschauen, das ganz schnell mal nachdenken. Ich bin auch bei sowas echt schlecht, das ist echt scheiße. Das finde ich auch mal entnahmisch. Ich gebe euch noch Zeit für so eine ganz kleine Frage, weil ihr es ja einfach noch nie wirklich getroffen habt und ihr jetzt das erste Mal trefft, deswegen könnt ihr noch ganz kurz dem Gegenüber eine Frage stellen und dann sind wir schon mit der Zeit am Ende, ja, tatsächlich. Das würde ich euch noch gerne geben. Boah, ich hätte tausend Fragen, aber das machen wir gleich vom dritten Kölsch. Keine Ahnung, keine Frage, aber ist das so sentimental? Keine Ahnung. Ich finde es einfach nur krass, mal abhängig, also unabhängig vom Fußball. Ich finde, dass ganz, ganz viele Leute oder auch Zuschauer, Fans, keine Ahnung, die sehen immer nur das Produkt, was passiert. Also sie sehen die Serie, die sehen, da hilft die Mirka rum und die ist toll und alles cleansst und es ist schön und die Leute im Stadion sehen, wie wir da rumrennen und wenn wir beim Bochum aufsteigen vor zwei Jahren, dann freuen sich alle. Die sehen aber nicht, was du dafür opfern musst und leisten musst, um das quasi selbst zu erleben. Viele sehen das als selbstverständlich mittlerweile, glaube ich, und wissen nicht, was das für, keine Ahnung, ist qualens übertrieben, aber was man aushalten muss einfach und sich auch anhören muss oft und wie die Leute auch teilweise reagieren auf einen. Und ich finde das gerade auch, keine Ahnung, Schauspiel, finde ich, beim Schauspiel sieht man nur das Produkt. Du siehst nicht, was drumherum passiert, selten. Du siehst als Fußballer, wenn du dich verletzt, bist du, ein Trainer hat man immer gesagt, verletzter Spieler, toter Spieler. Es ist einfach hart und die sehen dann nicht, was du dafür opfern musst und arbeiten musst und trainieren musst und leisten musst, auswendig lernen musst und performen musst und gut aussehen musst und es gibt alles dazu. Wissen muss, was der andere für Essen ist. Wissen muss, wie man sich gut ernährt. Ja, und ich finde, dass das oft auch nicht wertgeschätzt genug ist und es gibt bei ganz vielen anderen Sparten auch das Problem. Und ja, das finde ich beeindruckend. Egal bei was, bei Künstlern, bei Schauspielern, bei Fußballern, bei allen. Ich würde es fast einfach noch ergänzen, dass einfach ja auch immer Menschen dahinter sind. Also die Leute sehen das Produkt und was ich gerade meinte oder was du auch schon gesagt hast, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat oder persönliche irgendwelche Sachen, wo man keinen Nerv hat oder einfach keine Kraft mehr hat, irgendwie auf andere Leute zu reagieren oder sowas, dass darauf Rücksicht genommen wird. Und das geht in Toten, wenn du das verstanden hast. Ja. Ja, genau. Schönes Abschlussstatement. Das war die Folge Köln Clash mit Simon Zoller und Mirka Pigula. Ich freue mich sehr. Wir haben es geschafft. Das Köln ist leer und wir haben dich einmal aufgestoßen auf jeden Fall. Das heißt, es wurde nicht gehört. Das ist super professionell abgelaufen. Vielen, vielen Dank. Aber abgesehen davon natürlich für das sehr, sehr, sehr offene, ehrliche Gespräch. Das war, glaube ich, sehr Köln-like. An die Menschen da draußen, die die nächste Folge nicht verpassen wollen, abonniert gerne den Podcast zur nächsten Folge Köln Clash. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich. Dankeschön. Wir zwiebeln uns jetzt noch in Köln Schrein vielleicht. Ist ja immerhin Abend und quatschen noch ein bisschen. Aber der Podcast, die Folge ist vorbei. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Köln Clash. Die nächste Folge.